Die Republik Namibia ist ein Land im Süden von Afrika, das im Norden an Sambia und Angola grenzt, im Osten an Botswana und im Süden an Südafrika. Namibia ist mit einer Gesamtfläche von über 825.000 Quadratkilometern das 34. größte Land der Erde und damit etwas größer als die Türkei und etwas kleiner als Pakistan. Namibia ist also ein wirklich großes Land, aber trotzdem hat es nur etwa 2,7 Millionen Einwohner, was Namibia zum zweitdünst besiedelten Land der Welt macht. Hinter der Mongolei. Die Amtssprache Namibias ist Englisch, es gibt aber viele weitere Sprachen, die in verschiedenen Regionen des Landes offiziellen Status genießen, darunter Deutsch, Afrikaans, Otihereo und viele mehr. Das lässt natürlich Rückschlüsse auf die Vielfalt der Kultur im Lande zu, doch auf das werde ich bald noch eingehen. In Namibia sprechen etwa 20.000 Menschen Deutsch als Muttersprache, was bedeutet, dass Deutsch nicht wirklich eine in der Gesellschaft verwendete Sprache ist. Etwa 90% glauben an das Christentum, während 10% an andere traditionelle Religionen glauben. Die größten Städte Namibias sind die Hauptstadt Wintuk, Rundu, Walvis Bay und Osakati. Das Land ist bekannt für die unglaublichen Weiten. Namib bedeutet übersetzt nichts weniger als weitläufiger Ort. Es ist auch dafür bekannt, dass etwa die Hälfte des Landes geschützt ist. Für den seltsamen dünnen Arm zum Ambesi-Fluss, dafür die älteste Wüste weltweit zu beherbergen, eines der freisten und demokratischsten Länder Afrikas zu sein und für den deutschen Einfluss im 19. und 20. Jahrhundert. Aber wie wir später noch herausfinden werden, hat Namibia noch weit mehr als das zu bieten. Namibia war bis 1990 Teil Südafrikas, weshalb nach der Flagge der deutschen Kolonie Südwestafrikas die Flagge Großbritanniens und Südafrikas verwendet wurde. Erst nach der Unabhängigkeit vor 31 Jahren wurde die Flagge Namibias offiziell angenommen. Offiziell werden den Farben der Flagge keine Bedeutung zugeschrieben, allerdings ist folgende Interpretation geläufig. Rot stehe für Namibias wichtigste Ressource, nämlich die Bevölkerung. Es verweise auf ihr heldenhaftes Verhalten und den gemeinsamen Willen, eine Zukunft mit Chancengleichheit für alle zu erreichen. Weiß stehe für Frieden und Einheit, grün für die Vegetation und Fruchtbarkeit, blau für den Himmel, den Atlantik, den Wasserreserven und den Regen und die goldgelbe Sonne für das Leben und die Lebenskraft, Energie und Wärme. Die zwölf Sonnenstrahlen seien ein Symbol der verschiedenen Ethnien des Landes. Außerdem gibt es verschiedene weitere nationale, politische und regionale Flaggen. Die Lebewesen auf dem Wappen Namibias sind der afrikanische Greifvogel Schreiseeadler, der ein exzellentes Seevermögen hat und damit den Blick in die Zukunft symbolisiert, die Oryxantilope, die für ihren Mut, Eleganz und Stolz bekannt ist, sowie die Welwitschi, was eine Wüstenpflanze ist, die die Stärke und Zerheit symbolisiert. Die namibische Wirtschaft ist die 125-gößte Wirtschaft der Welt und leidet an extremer Ungleichheit in Bezug auf die Einkommensverteilung und den Lebensstandard. Leider ist auch die Arbeitslosenquote sehr hoch, sie liegt bei 34%, was bedeutet, dass jede dritte Arbeitskraft in Namibia arbeitslos ist. Namibia gilt als Entwicklungs- und Schwellenland. Die wichtigsten Exportgüter sind natürliche Rohstoffe wie Diamanten, Kupfer, Gold, Zink, Uran, aber auch Fischprodukte. Das saubere, kalte, südatlantische Wasser vor der Küste Namibias beheimatet einen riesigen Fischbestand. Die Fischereiindustrie ist die schnellst wachsende Industrie in Bezug auf Arbeitsplätze und Exporte. Etwa die Hälfte der Bevölkerung ist von der Landwirtschaft abhängig, was die Landwirtschaft zu einem weiteren wichtigen Teil der namibischen Wirtschaft macht. Namibia muss jedoch immer noch Lebensmittel, hauptsächlich aus Südafrika importieren und Dürren bedrohen diesen Wirtschaftssektor zunehmend. Der Tourismus trägt 14,5% zur gesamten Wirtschaftsleistung bei und schafft Zehntausende von Arbeitsplätzen. Und das ist nicht überraschend, da Namibia viele Touristenattraktionen zu bieten hat, die wir uns gleich noch ansehen werden. Darüber hinaus gewinnt der Ökotourismus immer mehr an Bedeutung. Namibias wichtigste Exportpartner sind Südafrika, Botswana und die Schweiz, wahrscheinlich wegen der Goldexporte, während der größte Importpartner Südafrika mit über 61% aller Importe ist. Später in diesem Video wird es einen vorgelesenen Erfahrungsbericht von Hans-Jürgen geben, der einen Blog namens afrikaspezialist.com betreibt. Hans-Jürgen ist zwar nicht nach Namibia ausgewandert, kennt sich aber sehr gut mit dem Land aus, da er seit Jahren seinen nach Namibia ausgewanderten Bruder dort besucht. Es war wirklich nicht einfach jemanden zu finden, der Erfahrungen mit Namibia hat, umso mehr habe ich mich darüber gefreut, dass es doch noch geklappt hat und dass ich nun einen waschechten Afrikaspezialisten hier eine Plattform bieten kann. Wenn du eine Idee hast, welches Land ich als nächstes abdecken soll, dann lass es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Dieses Video ist Teil einer Videoserie, in welcher ich auf das Auswandern in unterschiedlichste Länder weltweit eingehe. Ich habe bereits zu unzähligen Ländern Videos veröffentlicht, es lohnt sich also einen Blick in die Wiedergabeliste zu werfen. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Doch zurück zu Namibia, was sind die Vorteile einer Auswanderung nach Namibia und was gilt es im Falle einer Auswanderung zu beachten? Im Jahre 2019 wanderten offiziell 201 Deutsche nach Namibia aus. Damit liegt Namibia auf Platz 63 der Lieblings- Auswanderungsdestinationen der Deutschen vor Malta und hinter Saudi-Arabien. Doch trotzdem besteht ein großes Interesse an diesem Land, denn ich habe den Videovorschlag Namibia bereits sehr oft erhalten und freue mich, diesen Vorschlag nun umsetzen zu können. Ungefähr 107.000 Menschen, die in Namibia leben, wurden nicht dort geboren, sondern zogen zu ihren Lebzeiten in dieses Land. Leider konnte ich nicht herausfinden, welche die größten im Ausland geborenen Bevölkerungsgruppen sind. Eine wissenswerte Tatsache ist jedoch, dass das Medianalter bei nur 21,4 Jahren liegt. Dies bedeutet, dass die Hälfte der Bevölkerung Namibias älter als 21,4 Jahre und die andere Hälfte jünger als das ist. Dies macht Namibia zu einem sehr jungen Land mit entsprechendem Wachstumspotenzial für die Wirtschaft. Aber was sind nun die größten Vorteile einer Auswanderung nach Namibia? Beginnen wir mit dem Klima. Die täglichen Durchschnittstemperaturen reichen von 13,1 Grad im Juli bis hin zu 23,5 Grad im Dezember. Da Namibia auf der Südhalbkugel liegt, sind die wärmsten Monate der Dezember und Januar, während die kältesten Monate der Juni und der Juli sind. Die Temperaturen können jedoch auf bis zu 37 Grad und noch mehr steigen. In der Hauptstadt Windhoek gibt es im Durchschnitt etwa 10 Sonnenstunden pro Tag. Das ist einfach mal mehr als doppelt so viel wie in London. Namibia ist als sehr sonniges Land bekannt. Und wenn du das vergleichsweise kalte Klima in Deutschland satt hast, dann ist Namibia in dieser Hinsicht sicher eine gute Option für dich. Auch die Natur ist ein Vorteil dieses Landes. Es gibt riesige Wüsten und generell hat das Land viele Aktivitäten zu bieten. Der Fischfluss Canyon, durch den, es ist nicht überraschend, der Fischfluss fließt, was Namibias längster Fluss ist, Nationalparks, Touristenattraktionen in der Stadt Swakopmund und Geisterstädte in den weiten Wüsten Namibias warten nur darauf, von dir erkundet zu werden. Namibias Wüsten an der Küste des Landes gehören zu den ältesten Wüsten der Welt. Die Sanddünen, die durch die starken Winde entstehen, sind mit einer Höhe von bis zu 300 Metern die höchsten weltweit. Landschaftlich wird Namibia vor allem durch die beiden Wüsten Namib und Kalahari geprägt, es gibt jedoch auch riesige Bergmassive im Lande. Der höchste Punkt ist der Königsstein mit einer Höhe von 2600 Metern. Ein weiterer Vorteil ist die Vielfalt der Kultur. Namibia ist ein Schmelztiegel vieler afrikanischer Kulturen, kombiniert mit geringem europäischen Einfluss, vor allem aus Deutschland. Es gibt mindestens elf große ethnische Gruppen, deren unterschiedliche Kultur sich in Kleidung, Sprache, Kunst, Musik, Sport, Essen und Religion bemerkbar macht. Da Namibia viele verschiedene Kulturen beheimatet, gibt es keine definierte namibische Küche. Man kann jedoch sagen, dass Fleisch in den meisten Kulturen des Landes eine wichtige Rolle spielt. Rind und Lammfleisch sind weit verbreitet, aber auch Fleisch von Antilopen, Zebras, Straußen, Krokodilen und anderen Wildtieren ist beliebt. Hühnchen ist ebenfalls üblich, Schweinefleisch ist aber eher weniger verbreitet. An den Küstenregionen ist auch der Fisch ein Bestandteil der Küche. Ein weiterer Vorteil, den Einwohner Namibias beschreiben, ist, dass dieses Land im Allgemeinen weniger Spannungen zwischen verschiedenen Ethnien hat. Außerdem gelten die Leute nicht nur als sehr freundlich und hilfsbereit, sondern auch als äußerst entspannt. Selbst in der Hauptstadt sind die Menschen nicht gestresst und stets locker unterwegs. Darüber hinaus ist Namibia eines der sichersten Länder in Afrika. In Bezug auf die Sicherheit belegt es unter allen afrikanischen Ländern den vierten Platz. Und da die Bevölkerung des Landes klein und jung ist, gibt es viele wirtschaftliche Möglichkeiten. Es besteht beispielsweise die Möglichkeit, etwas Neues oder Einzigartiges auf den namibischen Markt zu bringen, um sich so ein Leben in Namibia zu finanzieren. Werfen wir einen Blick auf die Lebenshaltungskosten in Namibia. Wer in Berlin mit 2000 Euro pro Monat über die Runden kommt, der benötigt in Windhoek nur 1090 Euro monatlich für denselben Lebensstil. Damit ist das Leben in Windhoek um über 45% günstiger als das Leben in Berlin. Die tiefen Lebenshaltungskosten können definitiv als ein weiterer Vorteil einer Auswanderung nach Namibia interpretiert werden. Es gibt aber auch einige Nachteile, die du im Falle einer Auswanderung nach Namibia berücksichtigen solltest. Für afrikanische Verhältnisse ist Namibia immer noch ein sehr teures Land. Windhoek ist nur etwa 10% günstiger als Kapstadt in Südafrika, das selbst eine sehr teure Stadt in Afrika ist. Insbesondere die Immobilienpreise sind sehr hoch und für namibische Bürger fast unerschwinglich. Importierte Produkte sind teuer und die Produktpalette ist natürlich bei weitem nicht so groß wie in Deutschland. Vermutlich kannst du in Namibia auch nicht dieselbe Zuverlässigkeit erwarten, wie in Deutschland, der Schweiz oder Österreich. Fahren wir mit dem Bericht von Hans-Jürgen fort. Hans-Jürgen, wann warst du das erste Mal in Namibia und in welchen Landesteilen warst du überall schon? Das erste Mal war ich 1967 in Namibia und bin dann nahezu alle zwei Jahre nach Namibia geflogen. Bin also ein alter Hase im wahrsten Sinne des Wortes. Was gefällt dir am besten an Namibia? Die enorme Weite des Landes und die geringe Bevölkerungszahl machen es möglich, das Land ohne Gedränge zu besuchen. Die Zahl der Sehenswürdigkeiten würde für viele Länder reichen. Bei meinen etwa 30 Besuchen habe ich immer noch Ziele, die ich besuchen möchte und werde. Was ist schlechter als in Deutschland? Es ist völlig anders als Deutschland. Selbst in den Townships geht es geregelt zu und her und ich liebe es, diese mit örtlichem Guide zu besuchen. Das ist wichtig, damit die Gelder auch dort ankommen und verbleiben. Diese Besuche sind hochinteressant und geben einen Überblick über die Menschen im Land. Ich mache auch regelmäßig Bushman-Touren mit. Es ist so interessant zu sehen, wie die San, das ist ein Sammelbegriff für einige indigene Ethnien Namibias, es geschafft haben, bis heute ihre Kultur zu leben und zu behaupten. Das Telefon und Internet funktionieren nicht immer. Besonders nicht, wenn die Regenzeit heftig ausfällt. Was hat sich in der Zeit von 1967 bis heute im Lande verändert? Geändert hat sich viel oder auch gar nichts, außer dass ich früher 4,5 DM für einen Rand bezahlen musste und heute 17 Rand für einen Euro bekomme. Das macht das Reisen in das südliche Afrika natürlich sehr preiswert. Ich war immer auf das Land fixiert, weniger auf die Stadt. Früher war Deutsch eine der Amtssprachen, heute ist es aber nicht mehr so verbreitet. Ein Großteil der Bevölkerung ist damit gar nicht glücklich. Englisch und Afrikaans werden vorwiegend in der Stadt und in den Geschäften gesprochen. Auf dem Land herrschen die Stammessprachen vor. Kinder in den Schulen haben enorme Probleme. Wie bemerkbar ist der deutsche Einfluss heute noch? Deutsche haben jahrzehntelang die Landwirtschaft dominiert. Die Erträge aus den Farmen waren sehr hoch. Eine große Zahl von Farmen, die von Weißen betrieben wurden, wurden enteignet und an farbige Nachfolger übergeben. Das ist gründlich schiefgegangen. Die Erträge sind erschreckend gesunken. Bitte nicht falsch verstehen, in der Nachbarschaft meines Bruders ist ein schwarzer Farmer, der hervorragende Ergebnisse erzielt. Die Nachbarschaft ist sympathisch und auf ein gutes Miteinander ausgelegt. In der Geschäftswelt in den größeren Städten, besonders in Windhoek, ist der Anteil der Deutschen noch immer sehr präsent. Ich bilde mir ein, dass das Miteinander heute ausgeprägter ist, als es früher war. Welche Ratschläge gibst du Leuten, die an einer Auswanderung nach Namibia interessiert sind? Um nach Namibia auszuwandern, muss man sich genau überlegen, ob man es in einem Land aushält, das dreimal so groß ist wie Deutschland und nur ca. 2,5 Millionen Einwohner hat. Das bedeutet natürlich, dass der Großteil der Bevölkerung in den wenigen großen Städten lebt, der Rest verteilt sich im Unendlichen. Beliebte Alterssitze sind auf manchen dafür eingerichteten Farmen gegeben. Es sollte aber bei den großen Entfernungen eine ärztliche Versorgung gegeben sein. Mancher Farmer ist schon auf dem Weg zum Arzt gestorben, weil die Entfernungen zu groß waren. Auch die Mentalität ist eine völlig andere. In Namibia dreht sich alles in erster Linie um das Wetter, genauer gesagt um den Regen. Das kann auf Dauer etwas langweilig werden. Ich bin der festen Überzeugung, dass Interessenten das Land gründlich bereisen und kennenlernen sollten. Die Unterschiede sind enorm. Im Norden ist das Land völlig anders als im Süden. Swakopmund, das Paradies für Rentner aus In- und Ausland, wäre für mich zu dörflich. Der Atlantik vor den Toren Swakopmunds ist saukalt durch den Benguela-Strom, der direkt von der Antarktis kommt. Die Wassertemperaturen liegen bei ungefähr 14 Grad. Lüderitz, tief im Süden, eine Stadt auf massiven Fels erbaut, wäre eine Alternative, man muss sie nur mögen. Eine Auswanderung muss sehr gut geplant sein. Für mich gäbe es überhaupt keinen Zweifel, dass es richtig wäre, nach Namibia auszuwandern, wenn ich hier keine Familie hätte. Ich habe auch in Namibia Familie, viele Freunde und jede Menge Bekannte, kann mich auf Englisch, Deutsch und ein wenig Afrikans unterhalten, kenne mich ein wenig mit den Gebräuchen aus und bin bei vielen bekannt. Vielen Dank Hans-Jürgen, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. In der Videobeschreibung habe ich dir seinen Blog afrikaspezialist.com verlinkt. Dort findest du weitere Informationen, nicht nur zu Namibia, sondern auch zu Südafrika. Einem jeden Namibia-Fan wird sein Blog sicher sehr gut gefallen. Es lohnt sich also, vorbeizuschauen. Doch was muss getan werden, um nach Namibia auszuwandern? Bürger Deutschlands, der Schweiz und Österreichs können sich visumsfrei bis zu drei Monate pro Kalenderjahr in Namibia aufhalten. Das ist praktisch, da du so das Land auf eigener Faust erkunden und dir ein Bild von Namibia machen kannst. Obwohl es online nur wenige Informationen über ein langfristiges Auswandern nach Namibia gibt, scheint es ein Geschäftsvisum zu geben, das dir einen Aufenthalt von ein bis zwei Jahren ermöglicht. Der Arbeitgeber muss jedoch nachweisen, dass angemessene Anstrengungen unternommen wurden, um zuerst einen namibischen Staatsbürger zu beschäftigen. Wenn du mehr über die verschiedenen Visatypen, die Namibia zu bieten hat, erfahren möchtest, dann besuche doch die Website, die ich dir unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Dort findest du mehr und vor allem aktuelle Informationen zum Auswanderungsprozess. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.